Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, gestern leider ausgefallen, wie gesagt, ich war im Flieger unterwegs und habe es dann echt zeitlich einfach nicht mehr geschafft, noch ein Update-Video zu tun. Gestern hat sich aber auch nichts getan, dafür dann heute Bitcoin mittlerweile bei 28.400 US-Dollar. Wir haben einen ordentlichen Move gesehen, zumindest jetzt in den letzten Stunden. Wir haben unsere Widerstandszone durchbrochen. Ob das wirklich nachhaltig ist, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Video anschauen, weil es gibt so ein, zwei Punkte, mit denen ich noch nicht so wirklich übereinstimme. Und klar, erstmal bullisch, wir haben den Widerstand gebrochen, trotzdem müssen wir uns das ein bisschen näher im Detail angucken. Doch bevor wir starten, wie immer, ihr kennt das Spiel, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um mich, sag ich mal, oder den Kanal zu unterstützen. Und wie immer gerne in die kostenlose Telegram-Talk-Signal-Gruppe, wenn ihr Bock habt auf Updates oder Signale, so wie hier, wie wir es gestern besprochen haben. Leider nicht abgeholt, gehe ich jetzt aber auch gleich nochmal näher im Video drauf ein. Dann kommt da gerne rein, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse, momentan, wie gesagt, bei 28.400 US-Dollar knapp. Wir sehen hier diesen schönen Push über diese Widerstandszone, die wir seit ein paar Tagen nie durchbrochen oder durchbrochen werden konnte. Je nachdem, ah, es ist früh morgens, verzeiht es mir, Leute. Auf jeden Fall kämpfen wir jetzt momentan eben mit dieser kleinen Widerstandszone. Und wir versuchen hier zumindest dieses High bei ungefähr 28.300 US-Dollar auf Schlusskurs mal rauszunehmen. Mit der letzten 4-Stunden-Candle hat es noch nicht so wirklich funktioniert. Wir sind genau an diesem Widerstand hier oben wieder rejected worden. Versuchen es jetzt aber mit der jetzigen 4-Stunden-Candle. Für mich persönlich fehlt mir so ein bisschen dieses Volumen hier im Markt. Also wir sehen ja hier zuletzt auch Volumen deutlich, deutlich nach unten gegangen. Auch dieses Breakout-Volumen gefällt mir noch nicht wirklich top. Trotzdem könnte es sein, dass wir hier eventuell zumindest den vorläufigen Boden schon mal gesehen haben. Ich habe ja gestern in der Analyse schon mal darüber gesprochen, dass wir hier unten eine Long geplant hatten. Bei ungefähr, wo haben wir es hier, 26.800 US-Dollar. Wurde, wie gesagt, leider nicht abgeholt. Wir hatten hier einen WIG runter auf ungefähr 26.944, also um 140 US-Dollar nicht abgeholt. Tut mir leid, ist leider so manchmal, aber ich habe eher damit gerechnet, dass wir uns eben nochmal diese Lows, die wir hier unten vorfinden, beziehungsweise die Stop-Losses, die hier unten liegen, einfach nochmal fischen. Hat sich der Markt auf jeden Fall nicht geholt, leider nicht. Jetzt geht es erstmal darum, eventuell bei einem positiven Retest, dass wir eben für mich persönlich erstmal ein höheres Hoch, dann eben nochmal runtergehen, hier eventuell ein Retest sehen und dann gegebenenfalls nochmal Long einsteigen. Und wie sind jetzt die Ziele? Fragt ihr euch bestimmt auch. Ich mich auch, da haben wir ja auch die letzten Tage schon mal drüber gesprochen. Also das erste Ziel, was ich jetzt erstmal im Auge habe, wenn wir hier das FIP-Level ziehen, liegt hier erstmal bei den 28.700 US-Dollar, also die haben wir schon knapp erreicht. Der wichtige Bereich für mich liegt aber hier im Golden Pocket bei 29.130 bis 29.240. Direkt darüber noch so eine kleine Ineffizienz, die würde ich aber erstmal außer Acht lassen. Für mich zählt jetzt erstmal hier das Golden Pocket. Sollten wir hier rejected werden, kann das alles hier nur so eine kleine Gegenkorrektur sein. Wir haben schon Mittwoch, muss man auch dazu sagen, Trade Republic Bank könnte den ganzen Kurs wiederum ein bisschen, sag ich mal, beflügeln, weil wir hier einfach schon wieder anscheinend ein paar Zahlungsausfälle haben. Die Leute ziehen ihr Geld von den Banken ab. Könnte sich für Gold und natürlich auch für Krypto und Bitcoin natürlich deutlich, deutlich positiver bewahrheiten. Auf jeden Fall sollten wir hier rejected werden, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir einfach nochmal runtergehen in den Bereich der 26.600 US-Dollar. Also genau da, wo die Long momentan noch steht, sollte sich daran irgendwas ändern, werde ich das natürlich in der kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppe auf jeden Fall bekannt geben. Aber momentan lasse ich die Order jetzt erstmal noch drin und dann schauen wir einfach mal, so wie die nächsten Stunden erstmal verlaufen. Wie gesagt, das Volumen, man sieht es auch hier, ist nicht sonderlich stark. Also da kommt kein Volumen rein. Wir haben den letzten Volumen-Peak eben bei diesem letzten Anstieg hier drüben gesehen. Deswegen immer noch ein bisschen hier mit Vorsicht den ganzen Mist genießen. Sollten wir das Golden Pocket nach oben hindurch brechen, sind die 30k und dann auch möglicherweise wieder die 32.400 US-Dollar im Bereich des Möglichen. Schauen wir uns mal ganz kurz den Daily-Time-Frame nochmal an, wie es hier aussieht. Sehen wir eigentlich auch kaum Änderung. Klar, schöne, schöne Daily-Candle nach jetzigem Stand erst einmal. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen zu früh hier, das zu messen. Richtiger Widerstand kommt auch hier in Form einer Daily-Supply eben bei dem Golden Pocket zusammen. Also wir haben hier auch schöne Übereinkünfte. Sollte hier, und das Thema haben wir glaube ich vor, ich glaube knapp einer Woche schon mal drüber gesprochen, dass die Möglichkeit bestünde, dass wir hier so ein Head & Shoulders-Pattern formen, würde es perfekt hier oben passen mit dieser Supply, mit eben dem Golden Pocket und dann gegebenenfalls sogar hier in Short rein triggern, um die Gegenbewegung hier runter bis ungefähr 24.000 oder 25.000 US-Dollar mitzunehmen. Also die Zone bleibt weiterhin klar. 24.000, 25.000 US-Dollar, das sind die Preise, die ich am liebsten noch sehen würde. Aber wie gesagt, es ist kein Wunschkonzert. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum, auch hier, aber gehen wir erstmal ganz kurz in den 4-Stunden-Timeframe. Hier habe ich ja die letzten Tage immer wieder gesagt, ja Ethereum würde ich nicht gerne traden. Jetzt hat er die Zone abgeholt, wir hatten hier einen perfekten Retest in dieser Region um 1.800 US-Dollar, habe mich aber ehrlich gesagt nicht long reingetraut, weil ich eher damit gerechnet habe, dass Bitcoin eben nochmal einen Satz tiefer macht, deswegen hier kein long. Long wäre geplant gewesen hier unten bei 1.760, aber auch der wäre fraglich gewesen. Von der Analyse an sich her hätte es gepasst. Wir hätten hier unten diesen Bounce gesehen, Gegenbewegung. Das Einzige, was hier auch noch ein bisschen bearish ist, muss man ganz ehrlicherweise sagen, wir haben diesen Widerstand nach oben hin bei ungefähr 1.900 US-Dollar noch nicht durchbrochen. Also das heißt, wir haben auch hier noch kein höheres Hoch, genauso wie bei Bitcoin. Das heißt auch wiederum, es hat sich grundsätzlich an dieser Gesamtsituation überhaupt nichts geändert. Also weiterhin nicht wirklich in Fomover fallen, es kann alles auch nur noch ein Fake-Move sein. Auch hier schauen wir uns mal theoretisch das Preistil an. Sollten wir hier wirklich jetzt ein impulsives Breakout nach oben hin sehen und Ethereum zieht Bitcoin ein bisschen hinterher dann, dann hätten wir hier das erste Preistil bei ungefähr 1.995 bis 2.010. Da drüber aber direkt die Ineffizienz. Das heißt, Ethereum könnte theoretisch bis 2.054 US-Dollar pumpen. Das wäre so erstmal das übergreifende Ziel. Gehen wir nochmal ganz kurz in den 1-Stunden-Time-Film, wie sieht da das Volumen aus? Auch nicht wirklich berauschen. Also wenn wir uns das da unten angucken, klar, so einen kleinen Aufwärtsimpuls sehen wir jetzt schon wieder Konsolidierung und überhaupt keinem Volumen. Also so wirklich von Stärke geprägt ist dieser Move nicht. Könnte natürlich auch sein, dass wir hier einfach mal ein paar Stop-Losses von den Shorts rausziehen, die ein bisschen spät geschortet haben. Aber hier spricht momentan ganz ehrlich vom Breakout-mäßigen Ziel überhaupt nichts davon, dass es wirklich erst einmal nachhaltig ist. Grundsätzlich bei Ethereum wäre ich erst bullisch, wenn wir hier die 1.9 knacken. Bei Bitcoin, wie gesagt, haben wir gerade darüber gesprochen, sobald wir eben über dieser Zone bzw. ein höheres hoch kriegen, dann sieht die Sache deutlich, deutlich bullischer aus. Aber nach jetzigem Stand wäre ich einfach noch ein bisschen vorsichtig hier noch irgendwie nachträglich in Longs oder sowas rein zu hüpfen und einfach mal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ja, das war es erstmal zu Bitcoin und Deferium. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal ganz kurz Gold dazu an. 1996 habe ich ja gerade eben gesagt, Trade Republic Bank ein bisschen wieder mit Problemen und so. Handel wurde gestern wieder von der Börse ausgesetzt, also hier ein bisschen vorsichtig sein. Gold könnte das natürlich ordentlich beeinflussen, auch hier sitze ich momentan schon ein bisschen am Setup dran bzw. gucke mir so ein paar Setups an, die wir theoretisch traden könnten. Aufwärtsimpuls im Ares Ice im Gange, wir bilden höhere Tiefs, auch ein gutes Zeichen, höhere Hochs auch. Aber hier warte ich ehrlich gesagt auch nochmal so auf einen minimalen Rücksetzer, nachdem wir mit unserer letzten Long hier unten dann auf Stop-Loss Entry ausgestoppt wurden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News. Coinbase erhebt Anklage gegen die SEC. Endlich mal jemand, der gegen diesen Verein endlich auch mal antritt. Aber was ich auch dazu sagen muss, Coinbase glaube ich will auf die Bahamas oder sowas, vielleicht erzähle ich jetzt auch scheiße, aber irgendwas habe ich gehört, auf irgendwelche Inseln wieder auswandern, Steuerfreiheit, was weiß ich was. Sollte man mal einen Blick behalten, ist vielleicht jetzt nicht gerade schlecht hier, aber egal. Also Artikel müsste mittlerweile in der Telegram-Bruppe drin sein, also wie gesagt, schaut da gerne vor rein, wenn ihr Bock habt auf News, alles mögliche und Signale natürlich, kommt da gerne rein. Und ja, dann war es das erste Mal von meiner Seite für heute. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder, eventuell im Laufe des Tages oder abends nochmal ein kleines Altcoin-Update-Video, je nachdem wie ich es schaffe. Wie gesagt, ich bin gerade momentan ein bisschen im Urlaub, ein bisschen mal entspannt. Nächste Woche geht es dann ganz normal mit Wochenausblick und etc. pp. weiter. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Start in den Mittwochmorgen hinein. Wir hören uns auf jeden Fall später wieder, like da lassen, abo da lassen und ja, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.